Musik Ich hab's erwischt. Das ist die Frau mit dieser unglaublichen roten Stimme. Sag einmal, wie machst denn du das? Du hast doch ein Spezialmittel, oder? Ne, hab ich nicht. Also man hat schon, als ich noch Kind war, zu mir gesagt, die Hummel kommt. Das hat mich früher immer wahnsinnig geärgert. Aber heute mag ich meine Stimme. Sag einmal, kannst du mal so einen ganz tiefen Ton so? Die kratzen ja jetzt noch alle an der Haustür, oder? Ja, ja, komm, gibst du. Ja, klar. Was ist denn jetzt? Mal ganz ehrlich. Ich meine, man kriegt ja viele. Da weiß man, okay, der erzählt mir jetzt wieder was, der wollte jetzt freundlich sein. Aber was kommt denn so richtig an, wenn jetzt einer zu dir... Was muss er sagen, dass du sagst? Ja, ja, das glaub ich ihm jetzt. Es geht gar nicht darum, was er sagt. Es kommt darauf an, wie er es sagt und wer mir dabei in die Augen schaut. Man redet oft irgendein Zeug. Können wir mal Kamera und Ton ausmachen, damit wir mal ein... Na ja gut, also... Ich weiß, du bist ja nicht mehr zu haben. Wie? Aber Moment, wie? Nein, ich bin... Also... Ja, was? Moment mal. Da tun sich Abgründe auf. Da tun sich Abgründe auf. Nein, also ich bin in festen Händen. Aber leider ist mein Lebensgefährte die meisten Zeit noch in Russland und ich erlässe mich ziemlich viel allein im Moment. So, das ist diese Stelle, dieser Moment, wo man einfach mal sagen muss, jetzt müssen wir aufhören, das Gespräch leider beenden. Okay, Barry, wir gehen jetzt. Wir reden jetzt korrisch, wir so. Tut mir leid, es geht nicht mehr.